Ich halte die Schaffermahlzeit für ausgesprochen wichtig. Es ist eine Visitenkarte Bremens in die gesamte Welt. Wir haben aus 15 verschiedenen Nationen Gäste und es ist eine wunderschöne Möglichkeit, international vernetzt zu agieren. Und das ist für mich als Wirtschaftler natürlich ein Steckenpferd, auch wenn wir nebenher auch für das Haus Seefahrt sammeln.